von drei bis fünf stunden zu stream habe ich gemacht leute war entspannt mit euch jetzt mit dbc note mit 30 und erik am stark ganzen spaß noch mal abends zocken leute ich wünsche euch viel spaß und let's fucking do it spiele wie sie aufmachen von nick direkt am start nico vielen vielen dank dass du eingestalten das freut mich mega links kannst du mal links schilder abends sofort viel zuschauer danke denn leute so fort der erste sekunde ehre leute ehre so fast erst gerade wenn wir uns gerade leute war das gar kein hitlick oder was noch schlecht die nachrichten leider nicht ankommen ah ja erik was probierst du da wer kaufen euch zu gestern erik mann ich ja du nimmst gerade meine ehre mann ja scheiße pc spieler und da kommt aber ein lockern einzig und schulde einsteigen ich finde ich kappa leute kommt noch bitte kommt nein ähm luca hat ein 107 fünftiger alle leute die dabei sind fünf zuschauer vielen dank genau um zu wissen wer ich bin ich bin ich ein bisschen zu laut niklas luka in ruhe nee digga ist schlopf alter nicht egal manu mir geht's auch gut dankeschön und drei an dich auch warum bin ich glücklich ach so ich habe alle muss man es hat leute weil es waren zu viele mord und schön wäre alles im chat ist daniel wie geht's du kamen geht super und ihr freut mich an am schaden mit meinem mann das ist nicht nur eine ehre wie ich schon gesagt habe ich werde es noch mal neu machen und alle angucken wenn du kommst du da ich rein weg oder respawn nicht mache ich auch kein leute job alle gerne ein like würde mich mega freuen man ja ich habe es doch extra gemacht wir kommen mein team unschlagbar ich verpiss dich alter nicht den einzigen den was zu kennen das neue zuschauer leute grüße gehen jeden raus genau leute das war das war sniper das war sniper machen ohne trap mit bouncer lass mal ein sniper durch machen mit jagd gewähr mit zwei kam mit double sniper mit dabei ja das wäre okay ihre leute ich habe ein leichter menschen ist redet mal leute ich wusste an welche stelle ja das ist richtig traurig 10 zuschauer leute viel 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 keine ressourcen ich glaube echt gerne alle mal ein like oder das abo wenn euch alles was ich machen gefällt wenn euch das dünn gefällt ich muss gerade jemand schreiben 10 zuschauer easy ehre ehrlich an jesen ehre löschen machen die sniper shotgun bitte freut mich unendlich ja lasst nur ich rede es nicht zu viel du bist zu machen ja okay nur shotgun und sniper das habe ich auch nicht gegeben ja luka gute idee habe ich ehre das probieren ist hier kein jagdgewehr hast du ähre echt an jeden leute warte krieg ich dich kurz nicht krieg dich kurz nicht ja ja ich habe genauso gut wenn treffer wäre treffer wenn nicht dann nicht sorry ihre angehörte luka sagt mal ohne trappen weil die ideen sind ja besser warum so eine schlechte ideen er sagt zu mir warte kurz okay wenn du so willst warst du das oder was ich vergesse alter mich vergesse ich glaube du hast das kraft vergessen ich bin noch nicht so ernst er ist er ist er ist herry potter eine milliarden prozent ich spiel mit shotgun spiel mal nicht so ernst nein 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 gegend ich habe 12 hp verpasst euch und ohne jagdgewehr rapidier sniper leute oder nein nein ja einfach ein abo ich würde mich mega darüber freuen leute einfach welches universum ist eric bitte gelandet ich weiß doch nicht 81 auf die range mit einer ressource und das check absolut gar nix wo er ist ja leute egal echt leute an alle neuen zuschauer alle die neu sind doch gern ein like ich sag's so oft glaube ich aber ihr seid einfach die besten ihr seid einfach die beste community die man sich wünschen kann leute bevor ich rausgehend solospiele war ich auf eine scheiß gelaber kann bis jetzt noch ja aber ähnlich ist die krasse community die man sich selber haben für sich selber haben kann ja wir machen das ganze nicht über die klicke zu viele ich bin ja direkt ab Ich spürte... Nein, verpizzle, you! Fuck you, bitch! Spaß! Boah, könnte da kommen da noch Funktionen gekommen, und ich bin jetzt. Wer verstanden. Tschüss, ja, tschüss, ja! Tja, hey! Manu, hi, was du da... Ey, Erik, ja, ähm... Wie wär's, äh... Ohne Flugzeug wäre besser, glaub mir. Digga, er hat mir gerade... Halt's Maul! Er no-scope mich, Leute! Einfach so, er no-scope mich! Seidig-snap-er-no-scope-ing, eigentlich. Ich flieg gerade die ganze Zeit auf ihn! Ich flieg gerade auf ihn, komm, schüte! Ja, wo fliegen der da? Wo fliegt der, Junge? Ich sitze hinten und hinten drauf. Ey, Nick, ja, du bist besser geworden. Ey, Nick, ja, du bist besser geworden. Ja, Db-10o ist einfach ein kranker Spieler, Leute, man kann nichts sagen. Ja, ja, natürlich... Ey, Nick, du bist besser geworden. Ah, ja? Ja, es tut mir leid. Db-10o ist ein heftiger Spieler, Leute, sieht's ein, ich kann nicht dafür... Wen sollst du dich abholen? Nick. Du bist besser geworden. Wen sollst du's nochmal abholen? Mich, mich. Wer bist du? Ongel, mach gegen T für ein Duell! Nee, ist mega! Du musst gewinnen! Glaub mir, Alter! Ich hab gar gegen einen riesig Getry erhattet! Holen sie mich ab! Wie dieser Putsch im Flugzeug, Digga! Digga! Glaub mir, mach ein Duell! Du verpiss dich, Alter! Du, du kannst Eier lecken, Alter! Hör mal gegen ihn machen! Bevor ich lieb und einer spielt im Zocker, Alter! Ey, wen soll ich abholen? Komm, hier! Schreibt mir jetzt alle in den Chat, sollen wir Sport spielen oder Spielwiese? Ich kann euch nicht zeigen, wie ich den echt spiele, weil die Beziehung einfach ein buntes Kapper. Okay, dann mach ich das nicht so Bomben, du selber. Nein, du bist einfach zu gut! Werd' einfach schlechter, Kappa! Achso, ja, warte! Show-Controller raus! Nein, dann bist du trotzdem gut! Aua! Ich mach' dir doch nur Fischse geben, hier! Digga, ich dachte, du griffst mich nicht! Mach' doch nicht den T-Fu! Ich hoffe, ein Bomben platziert und auf ihn gekriegt! Das geht nicht so gut erkennen! Ich will erst mal Erich scoren! Wir müssen scoren, ich hab' dich geschmeckt, du, Otto! Oh, oh! Du bist gerade Otto. Oh, okay! Erstmal, das Mindererich ist komplett jetzt schlaue, Digga! Erich, Digga, dann wird jetzt keine Ehre nehmen! Ob das nur Schlaue war, Bruder? Ja, ich denke nicht, egal. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Wie viel Kills habt ihr mit Tino? Steht leider nicht, aber er zählt schon 30 Kills. Er macht den Gruppenkeil 40 Kills, Leute, den Gruppenkeil, einmal so. Oh, Erik, wer bist du überhaupt? Ne, wie, 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 nein, nein, das war doch, war das nicht mein Gebäudes, hab ich da nicht. Ey, Nick ist ein Hacker. Scheiß drauf, ey, Nick ist ein Hacker. Oh, so. Du wirst die Schwäche. Luca, hol mich mal ab, Digga. Flieg mal jetzt ein bisschen rückwärts, darf ich, äh, 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 ich will flut, Digga, was neinander nehmen. Nein! Halt ich Maul, rede nicht, oder vielleicht. Ey, Nick, bitte, Nick, 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 ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, bitte, ist es wieder drin. Was, Stefan? Warte mal ganz kurz, mich bitte ganz kurz nicht. Mit Flugzeugleiter habe ich den WC noch ausgelöscht. Ich dachte, es ist ein, ich bin 100 der Hälfte, ja. Nein! Nein! Hätte ich schwer gedrückt, ey, Digga, ich bin richtig krass auf dein Links gelandet. Ja, Mann, das ist so. Luca, komm, flieg mal wieder zurück, ich will es noch mehr machen. Ich flieg mal zurück, will ich umbringen. Nein, ja. Digga, wenn ich das schaffe, bin ich besser als ne, ja. Ah, ja, einmal Flugzeug drauf kommen, wa? Ja. Aber besser als ne, ja. Nein. Ehre. Nein! 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 Alten ist einfach so schlecht wie die Welt, Digga. Ja. Ah, ja, Bau nicht. Was bin ich? Was bin ich? Was bin ich? Schlecht wie die Nacht. Wie? Hält, bei mir wurde ich Fadenkreuz an, also, Hilt wurde angezeigt, was so Fadenkreuz angeht. Ja, was bist du, ja? Was bist du, was du dir erlaubst, ja? Ah, ja, moin. Was bist du? Ich schließe unten im Chat niedergeknippelt. Ja, sorry, Leute. Ich wollte etwas bauen, aber, wie ihr seht, im Stream, kein Ressource-Eck-Up. Erik ist kein Auto, womit du an Wand fahren kannst aber. Oh, oh, alter, der war. Alter, der war. Alter, ich hab's war gar nicht gescheckt, wo war's jetzt? Ohne Witz, keine Lüge. Ich bin Jump, halt, geschwungen als No-Scope, hab dir 100. Hast ganz schön meine Ehre genommen, ne? Ja, ja, normal, Bruder. So wie Nick jetzt gleich meine. Hätte ich mehr im Maus, hätte ich dich geholt. Hätte ich nicht. Ah, ja, mein Power-Runches war in der Luft, Leute. Bitte, bitte, ich will beide killen. Ehre, dass am Abend noch 5 Leute dabei sind. Ehre, Leute. Ich setz grad so auf mein Flugzeug. Komm, du bist weg. Nein! Nein! Ey, Digga, aber wir haben beide gleiche Gedanken, ne? Ich. Jawohl. 23 hat Fliegel gemacht. Scheiße, ich müsste dann zwei Hits geben. Digga, warum kann Spitzhacker keinen Headshot geben, so? Dann auf einmal so, macht 40 Schaden. Nein, ey! Kommt in diesem Drecksfalsche im Scheiß-Huhen-Modus, Alter. Oh, er geht mit einer Tisch, Jagdwelt, Alter. Nein, das war ein heaviesten Appet. Ach, da ist ein... Okay, ich hör auf. Aber dann darfst du mich nicht pennen. Oh, der ist nicht gell. Oh, der ist nicht gell. Einen bringe mich um. Einen bringe mich um. Ich bin für den. Einen, du Kartoffel! Kartoffel! Warum soll ich dich umbringen, wenn du mich killst? Ach, will ich Pumpgun? Ja, hä? Nee, nee. Sein Pumpgun-Stuck. Ah, er drückt mir ein hundertfünfziger Pump oder so. Digga, dann Pumpgun-Stuck. Oh, nee. Ich hatte 12 HP. Ich hatte 12 HP. Ich dachte schon, Alter. Er hat eine Ehre genommen. nein du hast so mein kill gestillt ich schieße nicht mehr auf dich ey eric wie viel hp hattest du von mir geschluckt also wie viel hp hast du von mir geschluckt hast du ihnen gegeben weil du hast ja nur ein nicht rein ich hab 71 oder so ich glaub ich schenk ich will ja nicht sagen dass du das selber befundenes fressen bist nein nein und nein ey diese drehs machen musst du lang zum schaden 191 191 gemacht also auf tik tok habe ich auch schon gesehen der die machen so videos wo die 100 ich habe mir zum glück habe ich mir 35 25 ich hatte lagerfeuer anstatt alle leute ich bin so ein idiot habe ich auch noch eine falle ist ja für 49 schaden stream schaust du gerade selber dein stream auf handy oder nein vielleicht doch nicht immer offen auf dem weg aber ich habe von unten aber du hast auch einmal den kind von erik er muss ist hier so schön die tier so schön ich nein oh mein gott erik hat den hit des grauens und der verpflichtung er brauchte noch drei spieler stecke ich nur noch zwei wer hat der sniper sich so angefühlt zweimal im flugzeug war schön oder er macht den anderen hausen wenn man wenn man tief macht ganz ehrlich kann man ihn gar kein schaden geben er springt baut klappe springt auf platte haben bewegen sich schnell im finger eigentlich spät wenn die tifio macht alter wie eine missgeburt noch schlimmer glaube ich mache ich was das war wirklich richtig knapp Da kann der eine Fuzzi da aber auch in sein Flugzeug gehen. Ich bin echt langsam. Hast du mich bei Fuzzi geleidigt? Ja. Ja? Ja, hab ich. Oh, Lukas, tut mir leid. Warum im Stream einen? Warum? Ich hab ihn genossen. Schamlos, ja. Oh, mein No-Scope. Mein No-Scope hat neues, keine Ahnung. Neues Weltallem gefunden, ja. Und er war gar nicht mal so. Ah, ja. Wie hörst du die ganze DAS, was du nicht hast? Ey, Digga, Digga, ich muss den Digga. Luka, ich hatte richtigen Lachflash, Alter. Ich konnte nicht mal schießen. Ich war zu... Auf dem Weg nach oben, ey. Ey, 10 Sekunden darf ich doch Copyright machen. Komm, ich hab ein bisschen Luca. Ey, wieso redet ihr immer die ganze Zeit darüber, was ihr nicht habt? Hey, was ne? Hey, du bist elf. Hey, was ne? Eigentlich bist du darüber reden, dass du kein Schwanz hast, Kappa. Äh, naja, ne. Hey, was meint der? Du sagst auf die ganze Eier! Au, das ist immer so kleine Internetlaumbus, ich schwöre. Ey, Digga, soll ich mal ganz kurz deine Ehre nehmen? Komm, man nach... Warte, erst mal paar Schamhaare wachsen, Digga. Nein, ja. Ich nehm es eine Ehre am Ende. Eiden hat Buscher Salamir, nek. Wahrscheinlich, das steht vor mir, 31 Gruppen, wie du bist. Auf dem Weg nach oben. Erik, ich schnauze kaupe dich jetzt vor mir aus. Oh boy, was geht ab, Bro? Ich hab nicht wieder auf einen Spitzhandel. Ein HP, he, he, lol. Ach. Ich meinte doch, ich nicht. Das war ein Jagdgewehr. Nein, das war heavy. Nein, das war Jagdgewehr, Kappa. Nein, ich hab kein Jagdgewehr. Auf jeden Fall, der hat gerade Afrika getroffen. Nein! Äh, hast du es gerade gesehen, Erik? Ja. Ey, er öffnet Engelgleiter. Ey, das ist mein Kind. Ich hab ihm 157er-Hit gegeben. Hä, wie kann ich dir denn 175er-Hit geben, äh, wenn ich Jagdgewehr spiele, hm? Wie, erklär mal. Da hast du es, nein, da hast du es, oder so? Nein, ich hab dir einen Auskopf gesehen, du hast nicht gesehen. Ui, 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 ui. Oh, der No-Score war nicht mal knapp, aber. Mit Schrot, Leute, mit Schrot. Voll gepumpt. Ein Dislike, warum hab ich immer einen Dislike? Weil Rudi ist schon mal. Danke, Fortboy. Nein, weil Rudi ist schon mal, Bro. Nein, nein. Ich hab' ne Frage. Sollen wir gleich mal Mörder spielen, bitte? Nein, nein, nein. Das ist das allerletzte, was wir spielen. Im Endeffekt hat wir Rudi ja. Aber. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hab' wieder genausgubt. Komm, wir bitte einmal Mörder spielen. Warte mal, Video, Digga. Ich will's keinem. Ich hab' gar nicht. Ich hab' gar nicht. Ey, Luca. Äh, ne, ich war ja nur, äh, im Playstation, also ein Dings. Ja, aber Luca wollte es jungen wollen. Gar nicht. Ähm. Besser so. Ey, Digga. Ich hab' dir grad' ein Pumpgun-Hit gewechselt auf Heavy und dir einen Auskopf gedrückt. Fortboy, wenn du noch da bist, schreib' mal rein, ob du den Dislike gesetzt hast oder nicht. Wenn du Eier hast, dann schreib' dich mal rein, Bro. Ja, was? Ich hab' grad jemanden um sein kleines Füßchen reingeschossen. Ups. Dann lach. Guck mal's ausgerutscht. Wenn nicht, dann schreib' nein. Wenn ja, dann schreib' ja. Ey. Du Drecksscheiß. Ich bin runter vom Bergen. Oh, das wüsst. Hm? Äh, äh. Äh, äh. Oh, tschüss, Luca. Halb'ne Welt und keine Reise ist, oder ne? Äh, hallo? Ich bin runtergefallen. Bin ich runtergefallen? Ich hab' dir einen Puss gerade gesehen. Was? Moin. Ja. Ich hab' einen Zitter beim Aim. Ne? Ich hab' gedacht, oh, ne. Ja. Ich steh' in seinem Gesicht drin. Mhm. Oh mein Gott. Seine Eier haben auf meinen Kinn geklebt, hier. Digga, aber Kraft, ähm, du musst' nicht richtig viel Aim haben, um dich zu füllen, oder? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Sie hat's aufgemischt hingetippt. Ne, der war knapp. Wenn der aufgemischt ging, war der knapp, Alter. Nein, nein, ich hab' auf einen geschossen. Ja, da war'n wir. Ich lief' ja. Ciao. Hä? Hä? Ich hätt' Luca grad'n Headshot gegeben. Da kommt der Nick. Äh, der killstealer Nick. Auf dem Weg nach oben in die Mille gehen. Er braucht mal nix mehr machen, ne? Tschüss, fortboy. Tschüss, 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 tschüss. Spaß. Was laberte ich? Hab ich fortboy gesagt? Ja, moin. Ich meinte Erik, alter. Fortboy ist ... Fortboy. Verläscht, mein Zuschauer. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nennennennennennennennennennennenn. Ey, Jungs. Sorry, fortboy, war nicht mit Absicht, Bro. Ich will jetzt' nicht angeben oder so, aber ich glaub' ich bin besser am No-Scopen geworden. Und Luca besser am Snipen. Ich wollte sicher noch eine Falle weggemacht halten. Maniak! Mit Auf-Ansage Luka würde es passieren. Warte bitte. Warte bitte. Ich würde nie wieder auf Luka, wenn er sagt, warte auf mich. Hey, warum? Ich habe den Baum abgebaut und dann habe ich dir einen No-Scope gegeben. Ja, sag doch, ich kann weitergehen oder so. Ja, ne, ich wollte dich ja wenigstens probieren zu No-Scope. Hätte ich nicht getroffen, hätte ich mich mal pisst, aber ich habe getroffen. Ich habe so meinen Fuß geschmackt. Oh, schade. Hey, Lukas, schau Ryan dir eigentlich manchmal zu? Nein. Ich wollte nicht hätten, ich hätte dich. Also, Ryan hat man eine Zeit lang zugeschaut, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Wenn doch, Ryan, und du jetzt gerade zuguckst in dem Augenblick, schreib mal rein. Du, Robin, Alter. Hello, everybody. Let's dance with me. Ich bin ein kleiner und ich bin ein Mensch eigentlich. Na, warte, Eierflattern bekommen, der Kleine. Ja, 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 normal. Eierflattern? Ah, ja. Okay, mich ... Da hast du meine Ere genommen. Oh, Mann! Headshot, äh, 94. Nein, Mama, hast du in Ere genommen? Hast du mich nicht genau scoped? Nein, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Ja, ich bin nicht mal weggerannt, die Idioten so. Ja, das ist doch bei mir auch so, oder? Das kann ich euch wollen jetzt auch machen. Haha, hätte man Hänge klettern können, hätte ich ihn gehabt, ne? Ja, der beste ist, dass das ordentlich ist. Ach, Mensch, wieder da oben ist. Hab ich dich gehittet oder dem Flugzeug? Ja. Ja, dich? Ja. Boah, so krieg ich wenig. Ja, ja. Oh mein Gott, der war knapp, der Schuss. Keine Ressourcen, äh. Bitte nicht schnitts Arschloch! Ah! Auf dem Weg nach, oh Mann, die Merlin. Skis, skis. Ich geh mir Burger holen, Leute, hübsch gleich. Oh mein Gott, das ist grad ernst? Ich hoffe, er hört das, was er hier grad sagt. Luca, du fette Seekung. Warte eigentlich wie ein Triebfuhr, okay? Warte mal, ich hab das in einem Video gesehen. Ich will das nicht umbringen, okay? Ja, ja. So gemacht? Wieso? Ah, ja. Stange, Stange. Bisschen Pipinose, oder? Hä? Hä? Ja, und jetzt? Nicht mehr, Salamee! Aber in A1 hab ich dir schon den Trick gezeigt, wie du in meine Wand reinkommst. Also, wenn ich so eingetretet bin. Nicht von oben, sondern... Ja. Ja, 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 ja. Hä, nicht von oben, sondern wie? Von der Seite. Äh, zeig mal, ich glaub nicht. Ja, guck mal, ich... Dörtel dich mal ein. Okay. Hä? Ich hab nur Ressourcen. Nein, ich ba... Nein, okay, perfekt. Also, ich komm von hier rein, okay? Okay, das hat grad nicht funktioniert. Ich kann nicht editieren, ich mach schlecht. Hä? Hä? Ich hab wirklich hier ne Wand gebaut, jetzt ohne Witz. Du weißt, das ist ja der Trick. Nice. Kann ich das zeigen? Ich hab dir das schon gezeigt. Nein! Ich glaub nicht. Ich glaub du hast den Luca gezeigt, oder irgend so einen anderen. Der was so gut ist. Der was so gut ist. Der was so richtig gut ist. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Boah, ich hab's jetzt na P. Du musst es zurück editieren. Editierst zurück, und dann mach's wieder. Und dann muss ich an den Rand dieser Holzding stellen. Also nicht an diesen Rand. An den, wo der Zaun ist, genau da. Aber ich glaub das funktioniert nicht mehr, weil du zu lange gewartet hast. Ja, oder doch. Aua. Oh. Oh. Oh, oh. Digga, ich wollte äh... Dings... Egal. Pssst. Hab ich nicht getan. Lass mal Luca versuchen zu noscopen. So auf Bouncepad. Aber man muss wirklich noscopen, ja. Nicht anvisieren und no. Boom drin getroffen. Ich komme. Ja, ne, muss ich auch so schlecht in dem Spiel. Ich glaub wir werden ein halbes Jahr hier sitzen. Und ihn nicht treffen. Und treffen wir nicht mehr dieses Steilding unter ihm. So. Oh, ich darf das Ding unter ihm getroffen. Ja. Scheiße, ja. Oh, ich darf das Ding unter ihm getroffen. Warte, du musst doch mal Scheiße An seinem Eierkopf vorbei, glaub mir Nein, ich bin knapp Schenk Wenn der gleich wieder kommt Ey, nein, ich bin knapp Das müssen wir jetzt noch schwerer an den Timing Alter, wir sind so schlecht Ich mach jetzt ernst, okay? Willst du dich hinsetzen? Ja Ah Warte, probier Luca mal von so richtig weit weg zu snipen Also von das Weitste was Ich hab so einen großen Jahrrat Lass mal von Seilbahn fahren und ihn dann so treffen, wenn er auf Bouncepad nach oben und nach unten Ja, das ist nicht schwer, das ist nicht schwer an Luca Was wäre für mich schon schwer ist? Lass mal bitte ein Like bei meinem ersten Video da Nachricht geht an Luca Abgeliked Ehre Aquakalypse, vielen, vielen Dank Sorry, ich war nicht da, ich hab mir Essen geholt, weil Ja, bisschen Fett und so, Spaß Doch, aber Hunger Wie war das kein Hit? Ja Krieg dich nicht Ey, Luca, ich hab dir einen richtig krassen No-Scope gegeben Also Also Aber nach ersten Versuch Beim ersten Versuch Da hab ich dir einen riesig krassen Headshot noch was gehabt gegeben Ja, würd ich jetzt auch sagen Und Nick auch Ja Ja, würd ich jetzt auch fahren Digga Nach 30 Versuchen Haben ich und Nick dich nicht getroffen Ja, beim 30 Versuch oder so, hab ich dir einen Headshot gegeben Aber war nach dem ersten Versuch Ich hab bis auf den Bouncer gesprungen Ja, ganz schön Ey, aber wo ist Nick? Achso Na, los Na, hallo Ok Juuu Luka, wir beide gegen Nick Luka, wir beide gegen Nick Boah, ich bin hier oben in der Luft Boah, ich bin hier oben in der Luft Nein Äh, beide schon schwer Luka, hast du Sniper Moon? Nein Ach, hast du mir grad einen No-Scope? Ja, Mann Hast du mich grad Klass gefallen? Was? Nein, ich hab dir äh No-Scope mit äh Pumpgun gegeben Äh, 150? Einfach Achso, nein In der Luft Ja Ich weiß gar nicht mehr Ich glaub, es war A Quickscoped Aber es war auf jeden Fall gar kein No-Scope Wer? Hör auf, so mit einem Pumpgun Oh Hör auf, so mit einem Pumpgun Hä, wir machen das schon ganze Zeit Ah, ah, ja Aha Mach die Tiefe, ich mach tiefe Zweck und ne Mach die Tiefe, ich mach tiefe Zweck und ne Hör auf, ne Hör auf, ne Hör auf, ne Wie viel HP hast du? Den Mann, ne Hör auf, ne Ey, Digga, ich brauch Shotgun und Sniper Moon, Digga Ich kann den Sniper geben, komm, ja Hast du nicht gerade gehittet? Achso, dort ist noch ein Ballon, oder? Yes! Snipe! Ah, nee, ich hab vergang' Hätt' ich geschossen, ich hätte einen Headshot gegeben, aber so einen fiesen Headshot Aber er hat mich noch nicht gefunden Ey, für Lukas, stream erst mal einen Furt Machst du Furze, die sind coming? Ja, war nicht so laut Nicht so laut Achso, was? Ja, kennt ihr die Furze, die was gar keine Geräusche machen? Ja, die sind die schlimmsten Die Furze Ja, die stinken nach eigenen Arschen, Alter Ja, die sind in meiner Hey Hey Digga, ich habe die ganze Zeit nur geaimt Hab man gesehen Normalerweise Ey, warum so knapp heute die Schüssel, warte Alter, wie knapp, Bruder Nix, ich bin todernst, ich schieß irgendwo hin Ich bin todernst, ich würde sagen, jammer Warte mal, ne Komm, einen, du Lappen Das fähe ich Trotzdem ist er einen Lappen Hahahaha Habe ich jetzt so beschlossen, klar Deswegen gebe ich dir direkt nen Headshot ein kleines luke Kurze Falle verarschen Aua Kurze Züge verarschen Bei einem ist der schwierigsten Ausgabe Eben wieviel er lebt, die HP hast du? Ja, er verkackt direkt 100, also ich wusste es nicht Boah, ist der kaputt Schuss Oh Er ist nach vorne Ich hätte niemals dran brechen Da vorne gegangen, gestohlen Und gestopft Nein, ich komm nicht mehr raus Ich spür jetzt mal ohne mein Leben Nein, hätte ich einen Headshot gegeben, alter Kannst du aber nicht Hallo Ja Irgendwie? Nein Nick, am Anfang hast du mehr getryhardet Oder am Anfang war ich nicht so richtig eingespielt 31 gemacht und kassier noch Du willst keine schlafen Aiden, wenn du jetzt kassierst Warum? Er hat 105 Hit von mir gekassiert Ha ja, moin Er hat immer noch 100 Leben Du lässt du auch mal heben, oder? Oh, ein Hi, Nick, hi Scheiße, ja Ich spür nicht mal mit dem Achso, deswegen spürst du ihn Ohne Bauen Ey, ich hab drei Pumpkantschuss, alter Hallo Letzter Pumpkantschuss Letzter Pumpkantschuss Hui Nein Nein Luka, äh Ich spür mal mit Sniper Ich hab nur einen Pumpkantschuss, bitte Wenn du Ihren Bruder bist Komm schon Ah ja Paul, ich hab keine Ressourcen Hast du es kassiert, ihr eigen? So einen Spaß Nein Ey, Dicker, ich will Pumpkant, oh mein Jungs Drop mal Pumpkant Bouncer Hau 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 Lose Sei Hu Hau 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 Steh Was ist der Shotgun für mich? Na komm mal bitte schnell mein Zwing, bitte schnell! Das war, Luca das ist, weil ich hab das aufirritiert. Ich war grad ne Treppe aufirritiert. Nein, aber der war auch knapp, der No-Scope. Nein, Luca ich hab die Treppe aufirritiert deswegen. Lacket mal Shotgun, Moon! Nö. Ey, ja. Einfach nur aim! Ja, sieht man einfach nur aim, ja. Nö, das war ein Headshot. Kann ich denn, wenn ich nur Lukas Eier seh, die ihm einen Headshot geben? Immer hab ich Eier, danke Nick. Ja, äh, Nick krieg ich Shotgun, Moon. Hast du den Shotgun wechselt? Ich hab nein! Nee! Eier eigen ist nicht wirklich so schwarz. Ich schwöre, ja. Ich denke nicht. Heizen? Bleibst du drin? Ah, Eindringling! 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 Geh da rein! Ah, ah, ah. Geh da rein, los! Geh da nicht! Geh da nicht! Ich würd's ja gern reingehen oder so, aber... Geh da nicht! Schotgun! Digger, ich spür dich nicht mehr! Hehehe! Hehehe! Eindringling auch mal, was für den Namen hast du gehört? Was? Nein! Schotgun! Ich hab auch nicht nur noch 20, was willst du überhaupt? Noch 10! Oh, ich wollt den Kratz abknallen, Digger! Gibt's Schotgun und! Krass! Ey, kann ich mir Schoko Rosinen, Alter?! Jaa! Zu geil! Schoko Rosinen... Komm, du mal, was ich spüßen würde! Nein! Ey, aber... Aber Luca... Diese Schokorosinen sind richtig groß, oder? Ich muss halt sein Schwarz auf den Fall. Ich finde die Ballen gar nicht mal so groß. Die sind kleiner als weiß ich auch nicht. Ey, Digga, letztens, ich hab bei Rüdi geschlafen. Also meine Schwester ist bei meiner Cousine. Ist so. Ja, deine Schwester ist bei deiner Cousine und du hast so eine kleine Rosine. Kannst du dich erinnern, Luca? Aber du musst weiter sagen. Ey. Was ist denn? Luca. Du hast weiter gesagt. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen. Eigenpüche stehst du auf deinen Nacken. Genau. Wenn du den triffst, heißt du nicht ja. Der war so knapp, ne? Ich hab eigentlich noch einmal ver-gehöhnen gemacht. Ne, Iden noch einmal, warte dort. Ja, Moment. Warte. Du musst eigentlich spielen, ne, Luca? Du fängst mit Iden mit mir und mich mit Iden. Was schübt denn dein Gehirn durch? Jut. Bin ich so gut? Nein. Geht so schlecht? Ja. Kapper. Ah! Ja, sagst du, Luca. Ingestion Drama. Sagst du. Ja, moin. Ingestion Drama. Was ist denn da? Das ist alles gut, mein Sohn. Ich fang nicht auf. Meine Arme. Du bist aus der Böse, du findest gut. Ja, ich beschütze dich. Ich mach nichts, hallo. Piss dich. Piss dich, Aldi. Piss dich, Aldi. Hast du Grabschung gemacht, Luca? Halte die Fresse. Deswegen, ich vertraue dir nicht mehr. Hast du Grabschung gemacht. Hä? Schreist du zu viel reden, ey? Ist ok. Schack, schack. Hey. Boah, jü. Einmal muss eigentlich schon Massebeaus. Ey, Jungs. Schreist du Massebeaus? Oha! Digger, das hast du gerade gesagt. Schreien? Junge, ich selte mal jetzt was. Schreien, oder selte? Nein, nein, nein. Schau. Meinst du es ja nicht Du hättest ja dich schon mal leise aufbauen, weil du nicht fahren musst Habt ihr dieses Geschrei gehört? Ja, das ist total falsch Besser hast du es runtergehen Schuss So einen großen Yarak So einen großen Yarak Jarak Leute, ich bin hier damit auf den Stream Chillig, Milch, Flillig Deabonnieren RodiTV deabonnieren Leute Finde ich noch einen schönen Abend